Es gibt Männer, die alles für eine Frau tun, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen, die kleinere oder größere Geschenke machen für die Frau, die ihr alles erfüllen, was sie nur möchte und gleichzeitig scheint manchmal keine Attraktivität zu herrschen gegenüber dem Mann, der all das für sie tut. Auf der anderen Seite gibt es Männer, die all das nicht tun, die vielleicht hin und wieder eine Geste machen, der Nettigkeit halber oder ein paar liebe Worte finden und die Frau scheint dahin zu schmelzen. Wieso ist das so? Ist das nicht ungerecht? Müsste es nicht so sein, dass der, der am meisten gibt, auch am meisten bekommt und der, der weniger gibt, weniger bekommt? Muss man jetzt ein Arschloch sein, um Frauen für sich zu gewinnen? Wie genau verhält sich das? Diese Frage habe ich oft gestellt bekommen, auch damals in meiner Funktion als Dating-Coach und es hat einige Zeit gedauert, bis ich eine Antwort gefunden habe für mich, mit der alles Sinn ergibt und vor allem, mit der ich mir alles auf eine Art und Weise erklären konnte, die gerecht ist. Nicht nur ethisch, sondern auch für mich persönlich und mich in dem Punkt zufriedengestellt hat. Und genau diese Antwort möchte ich hier in diesem Video mit dir teilen. Was das jetzt, weil das klingt ja bisher schon etwas manipulativ, mit Spiritualität zu tun, das erfährst du außerdem hier in diesem Video. Und wenn das Thema Spiritualität für dich interessant ist, dann klick gern unter dem Video auf den Abonnieren-Button, klick daneben auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst und dann bist du bestens ausgestattet für die nächsten Monate. So, los geht's hier an dieser Stelle. Ich möchte nicht lange drum herum reden. Wie kann das sein? Und vielleicht eine Kleinigkeit noch vorab. Das ist ein sehr polarisierendes Thema, gerade in Zeiten Political Correctness. Also glaub mir bitte nichts blind, sondern gleich alles ab mit deinen eigenen Erfahrungen und mit deinen eigenen Erkenntnissen. Das, was ich eingangs gesagt habe, dass es solche Männer gibt, die alles für eine Frau tun und trotzdem scheinbar weniger Attraktivität oder Anziehung herrscht seitens der Frau als bei Männern, die weniger tun, das ist Feedback, was ich bekommen habe, sowohl von Frauen in den letzten Jahren als auch von Männern. Und außerdem deckte es sich mit meinen eigenen Beobachtungen im Freundeskreis und nicht zuletzt auch bei mir selbst in meinen eigenen Beziehungen. Was ist also, was steckt dahinter? Was ist die Lösung, die ich dafür gefunden habe? Darüber möchte ich hier mit dir reden. Und zwar, es scheint sich so zu verhalten, dass es egal ist, wie viel man gibt beziehungsweise investiert in einer Beziehung oder in einen Menschen. Viel entscheidender, viel relevanter ist die Position, aus der heraus das kommt, was man gibt. Und das mag jetzt etwas komplex klingen, das mag auch vielleicht für viele ein bisschen zu abgedroschen klingen oder vielleicht zu feingeistig. Aber ich werde dir das hier in diesem Video erklären, sodass du am Ende hier stehen wirst und sagst, okay, das macht Sinn. Die meisten Beziehungen, die ich gesehen habe, wo es sich genauso verhalten hat, dass der Mann sehr viel gegeben hat, ohne dass Anziehung herrschte, da war ein Phänomen zu beobachten, wenn man genau hingesehen hat. In den allermeisten Fällen hat der Mann ganz, ganz viel gegeben, nicht aus der Position der reinen Liebe heraus, wo er cool mit sich war und gedacht hat, das ist meine Freundin, ich liebe sie, sie ist wunderschön und deshalb möchte ich ihr ein Geschenk machen und ihr das sagen, sondern er hatte ganz viel investiert, gegeben, Komplimente gemacht, um a sie nicht zu verlieren oder b sie zu halten. Und genau das ist der springende Punkt, den ich beobachtet habe. Es ist nicht entscheidend, wie viel jemand gibt. Es ist entscheidend, aus welcher Intention heraus jemand gibt. Gibt man des Gebenswillens oder gibt man unterm Strich, um etwas zu bekommen? Und dieses, um etwas zu bekommen, kann alles sein. Zeit mit dem Partner, Bestätigung, weiterhin die Partnerschaft am Laufen zu halten. Das können verschiedenste Gründe sein. Fakt ist aber, dass es sich so zu verhalten scheint, dass sowohl Männer als auch Frauen unbewusst sehr, sehr feine Antennen dafür haben, also was für eine Intention heraus das Gegenüber gibt. Und das ist der Grund dafür, wieso diese Verhältnismäßigkeit, dass manche viel mehr geben und weniger dafür bekommen und manche viel weniger geben, aber scheinbar viel mehr dafür bekommen, unterm Strich meiner Meinung nach trotzdem vollends gerecht ist. Denn das, was diejenigen, die ganz viel geben, oftmals nicht zurückbekommen, liegt daran, dass dieses ganz viel oftmals zu einem relativ großen Teil aus einer Intention kommt, die für sie selbst ist und eben nicht für das Gegenüber. Und man mag es Karma nennen, man mag es energetische Gesetze nennen, man mag es sonst wie nennen, aber es scheint eins zu eins gerecht zu sein. Ich selber musste für mich die Erfahrung machen, dass es sich oftmals so verhalten hat, dass wenn ich sehr, sehr viel für eine Frau getan habe und ganz, ganz, ganz ehrlich zu mir selbst war, dass das oftmals die Frauen waren, wo ich Angst hatte, diese Frauen zu verlieren. Und wenn ich Angst hatte, diese Frauen zu verlieren, dann war die Angst für mich immer ein Signal oder ein Indikator dafür, dass ich ohne die Frau unglücklicher bin als mit der Frau. Und wenn ich ohne eine Frau unglücklicher bin als mit einer Frau, ist das wiederum ein denkbar schlechter Nährboden für eine gesunde und harmonische Beziehung. Denn es gibt ein Gefälle in der Beziehung, wo ich in dem Moment die Frau gebraucht habe, um glücklich zu sein. Und auch das wird natürlich subkommuniziert, sodass die Frau merkt, okay, da besteht gegebenenfalls ein Abhängigkeitsverhältnis. Wenn ich gehe, dann ist er nicht mehr so glücklich. Und das wiederum erzeugte in mir Angst. Und um diese Angst zu kompensieren und diese Frau zu halten, habe ich sehr viel gegeben. Es war aber eine Herausforderung, A, das zu erkennen und B, mir selbst gegenüber auch einzugestehen. Denn wer macht das schon gerne? Wir alle glauben, dass wir so viel geben, weil wir tolle Menschen sind, weil wir nett sind. Nach einer Trennung gehen wir dann in unserem Freundeskreis umher und sagen, ich habe doch alles getan. Ich habe doch dies gemacht. Ich habe doch jenes gemacht. Und trotzdem ist sie mir fremdgegangen, hat sie mich verlassen und so weiter. Aber ich kann für mich in 100% der Fällen sagen, dass es sich immer bei den Frauen so verhalten hat, wo insgeheim ich in einem Abhängigkeitsverhältnis war. Und Abhängigkeit und Liebe stehen sich konträr gegenüber. Wenn ich abhängig bin, mache ich sehr viel automatisch für mich und nicht des Gebenswillens. Und ich zitiere immer Catherine Hepburn, die mal gesagt hat, Liebe ist nicht das, was wir erwarten zu bekommen, sondern das, was wir bereit sind zu geben. Und in dem Moment, wo jemand, egal ob ein Mann oder eine Frau, in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, ist es sehr schwer, wirklich zu geben, des Gebens halber. Es ist nicht unmöglich, aber es ist enorm schwer, denn diese latente Angst und diese latente Abhängigkeit vom Gegenüber scheint immer mit hindurch und wird auch immer irgendwie subkommuniziert. Jetzt aber zum Lösungsansatz. Wenn du dich bis dahin irgendwie darin wiedererkennen konntest und denkst, ja, okay, macht Sinn bis zu dem Zeitpunkt, was mache ich jetzt? Dann kommt jetzt die Antwort, denn gleichwohl es anhand des Titels vielleicht so erscheinen mag, dass die Antwort auf der Hand liegt, ich gebe einfach weniger, ich mache einfach weniger, dann kann ich dir sagen, nein, das ist nicht die Antwort, denn die Antwort ist selbstverständlich die Arbeit an dir selbst. Es geht nicht darum, die perfekte Frau zu finden, es geht darum, der richtige Mann zu werden. Und wenn du der richtige Mann wirst, wirst du automatisch die richtige Frau bekommen. Aber solange du nicht im Reinen bist mit dir selbst, solange du nicht cool bist mit dir selbst, solange du das Gefühl hast, eine Partnerin oder eine Frau zu brauchen, um selbst komplett zu sein, solange du das Gefühl hast, du bist wie ein nicht ganz vollendetes Puzzle und dir fehlt ein Puzzleteil in Form einer Partnerin gegebenenfalls und wenn du das hättest, dann wärst du erfüllt, dann wärst du glücklich. Solange diese Gedanken irgendwie durch deinen Kopf schwirren, ist das keine gute Voraussetzung für eine langfristige, funktionierende Beziehung. Denn immer wenn dieses Paradigma zugrunde liegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du direkt in eine Beziehung schlitterst mit einem Abhängigkeitsverhältnis, wo du immer mehr dein Gegenüber brauchst, als dein Gegenüber zu wollen. Und wahre Liebe ist Wollen, aber nicht Brauchen. Und das ist das, was Konfuzius, der so viel zitiert wird, so wunderschön zusammengefasst hat mit Was du liebst, lass frei. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, die meisten Männer, die ich kenne, und auch ich in früheren Jahren, als ich mich in solchen Beziehungen wiedergefunden habe, war das Letzte, was ich wollte, die Frau, die ich scheinbar so sehr liebte, freizulassen. Im Gegenteil. Ich wollte alles tun, damit sie nicht geht. Ich habe umso mehr getan, damit sie bei mir bleibt und nicht geht. So, mit Freilassen war da gar nichts zu denken. Aber genau das ist der Grund, warum die Beziehungen in der Vergangenheit zum Teil so ablaufen, abliefen, in meinen jüngeren Jahren, wie sie abliefen. Und das ist auch der Grund, seitdem ich das erkannt habe, warum es mittlerweile nicht mehr so ist, zum Glück. Das heißt, der Lösungsansatz liegt nicht bei deinem Gegenüber und darin, ob du mehr oder weniger geben oder investieren solltest, sondern du solltest an dir selbst arbeiten, komplett werden, für dich selbst. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, wo du sagst, hey, ich habe ein super Leben, mir geht es gut, ich bin zufrieden. Wenn ich das jetzt noch mit einer Frau teilen kann, super, wenn nicht, dann nicht. Aber hey, warum nicht? Dann ist das eine super Basis. Und wenn du auf Grundlage dieser Basis eine Beziehung startest, dann wirst du genau das erfahren, was ich eingangs gesagt habe. Dann wirst du der Mann sein, der deiner Partnerin ein Kompliment macht, weil ihm davon ist, weil es von Herzen kommt. Und du wirst merken, dass dein Gegenüber das ganz anders auffasst, weil, und ich glaube, Goethe war es, der es gesagt hat, es muss vom Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. In meinem Fall, in der Vergangenheit, war es so, es kam nicht vom Herzen vieles, was ich gesagt habe. Es kam von hier. Es kam aus meinem Kopf. Und aus meinem Kopf heißt, es kam aus einer Position der Angst. Aus einer Position der Angst, meine Partnerin zu verlieren. aus der Position der Eifersucht, aus einer Position, dass wer anders besser sein könnte für meine Partnerin als ich. Diese Gedanken führten mich dazu, viel zu geben, viel zu sagen, viel Komplimente zu machen. Aber die kamen nicht an, weil sie kamen von hier und nicht vom Herzen. Wenn du aber cool bist mit dir selbst, wenn du in dir gearbeitet hast, wenn du dich reflektiert hast, wenn du Schattenarbeit gemacht hast, wenn du in dich geblickt hast, wenn du meditiert hast, und so weiter, über einige Zeit hinweg. Und das ist ein ziemlich unattraktives Thema, weil das ist kein Quick-Fix im Sinne von, nimm die Pille und du bist da, wo du hin willst, sondern das ist harte Arbeit an dir selbst. Aber, wenn du das gemacht hast, dann wirst du feststellen, den Weg hinüber, dass du immer mehr zu dem Mann wirst, der, wenn er etwas gibt, das Gegebene ganz anders aufgenommen wird, weil dein Gegenüber spürt, du tust das nicht für dich, sondern du tust es wirklich für dein Gegenüber. Das ist das, was wir Menschen wollen im Allgemeinen. Wir wollen Ehrlichkeit, wir wollen Aufrichtigkeit und wir wollen, dass wenn jemand uns etwas gibt, dass er es uns zuliebe tut und nicht insgeheim, weil er eine Agenda verfolgt, weil er irgendwas im Umkehrschluss von uns haben möchte. Wie du das tust, wie du so an dir arbeitest, dass du zu dem richtigen Mann wirst, der das dann machen kann, das findest du hier auf dem Kanal. Der ganze Kanal ist voll davon und an dieser Stelle vielen Dank für das wahre Liebe Video, was über 10.000 Mal geklickt worden ist mittlerweile. Ich werde es hier oben einmal verlinken. Sieh dir das gerne an. Das passt thematisch hier super hin. Und wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Ich werde da sein, individuell auf die Fragen eingehen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag vom Herzen. Bis dahin. Adios. Adios. Bis zum nächsten Mal.